Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Running Red. Ich hab mal zwischendurch kurz drin gelugt und... Alter Schwede, ich hab die Hütte voll. Die Mobfalle ist noch nicht mal fertig. Die funktioniert so astrein. Kartoffel. Dass ich hier regelrecht aufpassen muss, dass die mich hier nicht weglatschen. Solange mir jetzt der Tageslicht noch ein bisschen hilft, ist ja alles gut. Hauptsache der Creeper kommt da jetzt nicht rüber. Einen Enderman haben wir auch noch. Ich werd irre. So. Und ich seh gerade... Der Tick ist fertig. Jetzt überleg, soll ich mich jetzt mit dem Enderman anlegen oder nicht? Mach ich mal. Vielleicht gibt's hier auch Enderperlen. Öp. Komm her. Warum, zeig dich. Zeig dich. Wo bist du? Bist du bei mir? Nö. Er ist tatsächlich nicht mehr da. Okay. Das ist ein Schisser. Gut. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, den Creeper da wegzukriegen. Es ist nämlich unkomisch, wenn der hochgeht. Nämlich die ganze Arbeit... Oh. Gut. Nicht mehr umsonst. Ähm. Nein, 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 nein. Ist doch nicht zu fassen. Ich muss echt die Bude jetzt leer räumen. Damit ich da weiter... Ja, Freunde, ich wollte ja eigentlich in den Rewardback rinkicken, aber... Traum mich gerade nicht. Ich muss hier... Oh, nee, warum? Oh, ist ja wohl nicht wahr, oder was? Ähm. Ähm. Okay. Warum, Mike, jetzt wird schon wieder zu, weil ich schon wieder Holz verschwendet. Naja. Ach, Mann, ey. Ist doch nicht zu fassen. Die Sprengkraft von den Viechern ist ja echt unsagbar. Na gut. Dann müssen wir halt doch nochmal ausleuchten. Also wenn das passiert, wenn die steht, ey, dann wird das richtig spannend. Na gut. Dann... Die sollte es auch anders sein. Erstmal kurz Holz. Machen wir erstmal eins. Das kicken wir uns ja alle gleich an. Versprochen. Das machen wir auf alle Fälle diese Folge. Ich muss hier erstmal Schadensbegrenzung machen. Sonst kommen wir hier ewig nicht weiter. Hab ich jetzt zwischendurch irgendwie auch ein Skeletterlicht oder nur Zombies? Ich wüsste grad ehrlich gesagt ja nicht. Hm. Ne, waren nur Zombies gewesen, ne? Ah, ja, auch da gucken wir gleich mal in den Buch. Dann werden wir das ja gleich wissen. So. Das nehmen wir unermitten. Dann reicht das hoffentlich erstmal, um das zumindest... zu flicken, das Loch. Verdammte Axt, ey. Das ist aber echt ärgerlich jetzt. Mal eine Schacke. Gebt mir hier große Mühe, um das zu bauen. Und was macht die hier? Machen wir alles kaputt. So, haben wir das auch. Nun, über ein Stack für ein Dach. Das sollte eigentliche Mühen. Hoff ich. Habt mir so viel Mühe, hierhin das zu bauen, ja. Aber reicht doch nicht. Verdammt. Na toll. Gut, gut. Na, dann machen wir erstmal das Dach noch fertig. Nein, halt. Gucken wir erstmal in das Reward Bag rein. Ach, wieder Äppel. Gut. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber gut. Ich hoffe, wir kriegen dann mal irgendwann mal so irgendwie Sertusquartz ran. Damit ich mir den Mühlstein machen kann. Dann kann ich nämlich aus der Erde, kann ich Stein machen. Und wenn ich den Stein zermahle, kriege ich auch Sand raus. Und wenn ich Sand habe, kriege ich Glas. Und Glas brauche ich für verschiedene Sachen. So. So. So und so. Oh, das könnte knapp werden. Aber wer weiß, schauen wir mal. Ach, das war jetzt doof. Gut, also reicht auch noch nicht ganz. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein, zwei andere Baustellen, um die wir uns kümmern müssen. Oh. Kommt zumindest so weit. Dass wir hier drin alle zu haben. Naja, jetzt noch ein bisschen Holz hier. Ein paar Stämme. Ah, ich müsste das eigentlich mit Stein machen. Oh, nee. So weit will ich gar nicht. Na, Freunde. Wer hat sie merkt? Kurzer Cut? Hehehe. Ja, ich hatte kurze Unterbrechung gehabt. Aber ich dachte sofort weiter. Und nur Alpha-Bäume jetzt hier. Na gut, hier toll, es war. Gut, müssen wir uns ran stürzen. Keine Wahl. Wir brauchen ja noch die Stämme. Was hat man denn eigentlich noch vorher gehabt, die Folge? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich bin gerade völlig aus dem Konzept. Der Telefon gerade zwischendurch war ungünstig. Aber gut. An Tagen wie heute muss man mit rechnen. So. Wenn wir schon mal die oberste oberste Kante erreicht. Da haben wir da noch schönes. Reicht die Axt? Ja, die Axt reicht noch. Wehe, wenn ich mit der Hand wieder runterbauen. Hab ich nicht unbedingt Bock drauf. Okay. Aber gut. Es gibt zumindest jede Menge Holz. Das hätte wir bei brauchen. Ja. Mann, ist der verwinkelt hier. Völlig untypisch. Jetzt muss ich auf alle Fälle die Zeiten bis im Auge behalten. Sonst wird die Folge extrem lang. Nur bei sechs Minuten bis zum Cut Bans. Warte mal. Gehen wir jetzt hier einfach mal so rüber? Jo. Punkt für die doch. Ey, Mann, frei. Oh, die Mitte Axt wird aber wirklich knappstellig gerade fest. Ich sollte echt aufpassen. Aber wohl, naja. Na komm, das muss reichen. Endlich basteln wir uns halt eine neue. Eisen haben wir ja hier noch. Auf alle Fälle würde ich euch noch den Orb zeigen. Oder ja, diesen Blut Orb da zeigen. Da kann man nämlich dann kicken, was der Blutaltar macht. So. Haben wir jetzt hier oben alle raus. Jo, die fallen gleich alle runter. Hoff ich. Hoff ich. Oder? Ist so dunkel? Nee, da ist noch einer. Siehst du? Ähm. Nein. Obwohl. Ach. Gut. Machen wir erst mal den Kleen hier. Und dann nehmen wir rüber zu dem anderen. Das sollte eigentlich reichen. Ich hoffe, ich habe da jetzt alles erwischt. Aber da haben wir wenigstens genug Holz zusammen, um die Mobfalle erst mal zu Ende zu stellen. Äh, fertig zu stellen. Und Kühe sind jetzt hier auch gespawnt. Naja. Läuft doch, würde ich sagen. Boah, fast ein Stack Holz jetzt. Und ich habe man nicht mal viele Bäume platt. Sehr schön. So. Auch rein. Was macht der das Schwein da schon wieder? Boah, der nächste Baum. Fertig. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Na, das reicht doch wieder. Ich muss es vorher schnell machen, weil sonst kacke ich mich hier an. Ähm. Ich kann natürlich keine Sticks mehr, aber. Nee. Ach. Aber ich kann mir noch zwei hier machen. Und man kann ja auch Glück haben. So. Konzentration. André, Konzentration. So. Etwo du es da. Verdammt. Ich schaffe es doch nicht mehr. Äh. Eins, zwei, drei. Den hier rüber. So. Eins. Falsch. Erstmal noch Stickys machen. So. Hier rüber. Eins. Haben wir da. Eins, zwei, drei. Obwohl, die Mobfalle durfte ich kein Problem da stellen, weil wir haben ja ausgeleuchtet. Und ich kann euch hier mal stark hoffen, dass es reicht mit dem Ausleuchern. Ausräuchern, wollte ich gerade sagen. So. Reicht das? Oder ist der genauso hoch? Nee, das ist etwas kleiner. So. Siehst du, die Achse ist im Arsch. Können wir uns jetzt der anderen hier zuwidmen? Zuwidmen? widmen. Zuwenden, wollte ich sagen. Bitte lasst euch von meinem komischen Deutsch heute nicht anstecken. So. Was haben wir denn hier noch schönes hier? Haben wir was? Kann ich mir nicht eine Sichel machen? So eine Sichel wäre doch ideal, oder? Die haben wir da nur richtig was weg. So, ich gucke nur mal nach, wenn ich noch irgendeinen Stückbaum hier vergessen habe. Sonst die spawnen die Blätter nicht. Und wenn die Blätter nicht die spawnen, dann bleiben auch die Klötzer oben auf den Blättern liegen und dann habe ich ein Problem. Also ein kleines, jering fühlt. Weil dann fallen die nicht runter. Den Steg da wie die Achse im Wald, aber ich sehe gerade es ja noch mehr Bäume hier wachsen. Läuft, bei mir läuft. So, okay, das müssen wir jetzt hier alles schnell machen. Das müssen wir uns alles schnell holen. Stohlen, holen, 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 mit dem nix weg geht. Äh, da. Gut, die Saplings können wir halt noch nehmen für auch als Brennmaterial. Ist auch in Ordnung. Ja, dann nehmen wir uns den Baum noch mit. So, nach und nach dürften noch ernstlich Stämme hier runterfallen. Die oben auf den Blättern verweilen, verweilt haben. So, die Koffe, ich habe jetzt hier wirklich alle erwischt. Zack, haben wir den hoch. Da kommt noch ein Apfel gleich runter. Da haben wir noch welche. Okay, keine Monster da, na bitte. So, das sollte jetzt aber reichen. Das war zumindest erst mal die Lücke hier schließen, na bitte. Aber jetzt stelle ich fest, ich muss noch mal da oben hin. Tschüss. Job. Du hast hier nix zu suchen, mein Freund. Nix, aber auch gar nix. Kann ich ja schon mal die drei Dinger hier auch schon mal verplempern, wa? Dann habe ich zumindest einen Anhaltspunkt, dass ich den Rest auch noch zumachen kann. Sehr schön. Okay. Ähm. Au. Alles klar. Den wollen wir da noch drei hier. Dann haben wir auch fast alles. Oh, Kontrollguck machen. Oh, kam nur noch Blätter runter. Alle, dude. Alle, dude. Alle, dude. So. Haben wir das auch. Äh. Hat ich jetzt schon Bretter hier gemacht? Nee. Also ich habe noch Holz ohne Ende gerade im Moment, weil ich das sehr gut finde. Mh. Über einen Stack haben wir noch. Denn machen wir Hau mal die hier erst mal rin. Mh. Mh. Einen Stack rin. Also einen halben Stack. Dass wir zumindest erstmal die Half-Stats oben fertig machen können. Dann ist nämlich die Monsterfalle endlich komplett und fertig. Und dann haben wir jetzt schon mal ein Part erledigt hier. So. Dann nehmen wir auch Altner mit. Wer weiß, wozu wir neue brauchen können. So. Questbook. Was haben wir denn jetzt? Den Blut-Op haben wir fertig. Können wir uns jetzt hier eh einen Back aussuchen. Oh. Gibt drei Diamanten. Sehr schön. Goldene Appel. Ähm. Alchemy Chemistry Set. Und nochmal Alubusch. Was sagt denn mein Inventar? Eigentlich reicht das noch. Könnte reichen. Suchen wir eine goldene Mitte. Wollt ihr habt es jetzt? Noch ein Reward Back. Oh na toll. So. Müssen wir mal ein bisschen rausschmeißen hier. Sonst. So. Jetzt haben wir hier. Und die können wir gleich nochmal pflanzen. Das ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wenn wir eine Zombie Brain brauchen, weiß ich nicht mal. Ehrlich gesagt. Hier haben wir noch ein bisschen davon. Ähm. Oh. Äppel hauen wir erstmal rein. Die Setslinge können wir rinnen hauen. Das können wir rinnen hauen. Die Fäden hauen wir da erstmal rein. Denn. Ist die Kartoffel eigentlich vergiftet oder nicht? Ja. Das pflanzen wir an. Die Gerste pflanzen wir an. Und das pflanzen wir an. Äh. Naja. Aber Ordnung ist der Teil beleben. Obwohl. Die können wir ja eigentlich sitzen hier, oder? Ne. Sieht komisch aus. Was war denn das jetzt? Warum habe ich denn jetzt? Ich habe mich mal getroffen. Jetzt übertreiben die Bäume aber ein bisschen. Warte mal. Jetzt bräuchte ich mal die die Spitzhacke. Sehr schön. Da haben wir was. Äh. Sieht alles kacke aus. Sie fällt mir alles nicht. Aber. Dann können wir. Blablabla. 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 Nun ist die Folge rum. Verdammte Axt. So. Das nehmen wir erstmal raus. Dann füllen wir erstmal mal schnell ein bisschen auf. Dann jagen wir hier nochmal ein Stack. Äh. durch. Und. Mit dem Ding können wir jetzt den. Ach ne. Mit dem machen wir jetzt den Division Siegel. 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 Naja. Das schon. So. Und den machen wir. So. Siegel. Das war der ne Wissensschiedel. D. Ne. Divination Siegel. Siegel. Alter. Ist das anstrengend. Aber nein. Das war der nicht. Das war. Wieso ist denn der mit Glas? Hm. Woid Siegel. Ne Änderperle. Reinforced Slate. So ein Ding stellen wir her. Hm. So ein Woid Siegel können wir her. Können wir herstellen. Aber das ist. Ich muss da echt nochmal nachgehen. Ich hab das wirklich vergessen. Siegel of Doom. Das müsste eigentlich einer der ersten sein, oder? Weil ohne Glas kommen wir hier nicht weit. Ohne Mühlsteine kann ich. Boah. Ist doch alles anstrengend. Lava. Magma Cream kriegen wir nicht hin. Heimer kriegen wir aber hin. Und dieses Reinforced Slate kriegen wir auch hin. Und das ist ein Blank Slate. Das heißt. Wir jagen hier einfach mal. Acht Steine durch den Ofen. Bis zur nächsten Folge. Und die jagen wir dann. Durch das Ding da durch. Durch den Blutalter. Ja. So würde ich sagen, oder? Ich bin total verwirrt. Jetzt nochmal in die andere Reward Bag. Kann man nochmal acht Pflaster stellen. Und 16. Ne, da. Na toll. Ist auch nicht so der Knaller. Ach, ich wollte das jetzt zuerst machen hier. Gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Können wir hier eigentlich irgendwas noch pflanzen jetzt hier mal eben draufhauen? So, sehr schön. Na, 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 na. Okay, haben wir auch. Dann haben wir jetzt hier nochmal die Alu-Bücher. So, bisschen Gold. Zack. So. Haben wir sie alle verballert. Sehr schön. Das funktioniert. Noch mehr Holz. Gut. Das würde ich aber sagen, mache ich einfach hier zwischen der Aufnahmen. Wir haben gerade genug Holz gefarmt. Das Ding ist fertig. Ich werde jetzt der Weile weg auch noch die Half-Steps mir noch holen. Und dann machen wir vielleicht sogar weiter in der nächsten Quest. Die gucken wir uns aber auch in der nächsten Folge an. Doch, machen wir. Dann würde ich sagen, bis dahin, meine Freunde. Und tschüss. Tschüss.